die dhv news vom 6 november 2020 usa durchmarsch für legalisierung promis für legalisierung feiertag herzlich willkommen bei den dhv news mit einer großartigen ausgabe aus den usa kommen ganz tolle nachrichten gute nachrichten für heute waren schon seit zwei jahren zu erwarten ja da musste man nur einen kalender abzählen aber es sind im grunde sogar sehr gute nachrichten geworden diesmal trump und beiden der kampf ist immer noch nicht geklärt wer jetzt da präsident wird jedenfalls nicht zum zeitpunkt hier wo wir das drehen vielleicht wenn wir online gehen keine ahnung klar ist aber auf jeden fall dass in den usa gleichzeitig zu den präsidentschaftswahlen der größte drogenpolitische fortschritt seit mindestens vier jahren in den usa gleichzeitig stattgefunden hat so und jetzt bevor wieder tausend leute die kommentare reinschreiben usa interessiert mich nicht ihr sollt euch lieber um deutschland kümmern und so ne noch mal kurz erklärt ja wenn diese kommentare häufig kommen wie in letzter zeit wieder muss ich auch immer mal wieder erklären wieso das so wichtig ist drogenpolitik ist eben kein inselthema wo ein einzelnes land ganz alleine machen kann was es will und es deutschland hat auch das cannabis verbot nicht selbst erfunden sondern das ist ergebnis einer jahrelangen internationalen diskussion und entwicklung jahrzehntelang sogar genau genommen schaut mal auf cannabisfakten.de wieder ein gutes beispiel wo man die seite immer mal wieder anbringen kann warum ist cannabis verboten lest euch das noch mal durch dann erfahrt ihr auch noch mal was über die besondere rolle der usa die die dabei gespielt haben das verbot von cannabis und auch anderer substanzen erstmal willkürlich auszuwählen erlaubt verboten erlaubt verboten ja und dann eben das auch gnadenlos durchzusetzen weltweit ist eine erfindung der usa ist eine internationale erfindung ein weltweit vernetztes thema und kann auch nur einer weltweiten vernetzung gelöst werden und nicht nur dadurch dass deutschland ganz alleine hier in europa vorangeht und legalisiert sieht man zum beispiel an niederlanden die sind ein ganz stück vorwärts gegangen aber bis zur legalisierung sind sie alleine eben nicht gegangen also das ist wichtig insbesondere weil die prohibition aus den usa kommt und was auch noch wichtig ist dass wir tatsächlich konkrete bilder sehen dass das nicht mehr so eine theoretische diskussion ist die legalisierung wie es vor zehn jahren noch war wo alle gesagt haben ja verbot ist doof legalisierung ist besser und die cdu leute immer sagen konnten da geht aber die welt unter jetzt können wir nach den usa gucken und sagen ja in colorado sind die shops jetzt schon sechs jahre auf ja und die leute sind immer noch zufrieden damit immer mehr amerikaner wollen legalisieren und wir sehen die bilder aus diesen läden dass da alles in ordnung ist ja also super wichtige angelegenheit deswegen interessiert uns das und es ist eben ganz lange nichts passiert weil die volksabstimmungen in den usa immer zusammen mit den präsidentschaftswahlen sind 2016 die letzte große runde als trump gewählt worden ist da sind vier staaten dazu gekommen die cannabis legalisiert haben 2017 ist zum beispiel gar nichts passiert ja das überhaupt kein land dazu gekommen kein us-staat aber ich glaube sonst auch nichts 2018 michigan dazu gekommen bei den midterms in den usa also nur ein bundesstaat dazu gekommen 2019 zum ersten mal illinois mit dem parlamentarischen beschluss zum ersten mal nicht per volksabstimmung legalisiert und 2020 ebenso parlamentarisch beschlossen vermont keiner start mit 600.000 leuten also ganz 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 langsam ist es da vorwärts gegangen fast nichts passiert die letzten vier jahre und jetzt beim wieder vier neue bundesstaaten auf einen schlag nämlich arizona new jersey south dakota und montana die haben alle mit deutlicher mehrheit beschlossen das cannabis legalisiert werden soll es ist kein start abgelehnt worden es ist keine initiative gescheitert alle glatt durchgegangen 15 us-staaten haben jetzt legales cannabis beschlossen oder auch schon umgesetzt sozusagen cannabis fachgeschäfte für erwachsene diese vier staaten haben 17,5 millionen einwohner insgesamt um diese zahl ist sozusagen die legalisierte weltbevölkerung gewachsen die wir zählen seit der legalisierung in colorado und uruguay da haben irgendwann gesagt okay jetzt beginnt der weltweite countdown jetzt fangen wir an weltbevölkerung zu legalisieren und diese woche sind das 17,5 millionen menschen mehr geworden übrigens haben wir jetzt insgesamt 147,6 millionen menschen die in solchen gebieten wohnen die wirklich mindestens beschlossen haben dass es cannabis fachgeschäfte geben soll die niederlande zum beispiel zählen wir da nicht mit weil die haben keine vernünftige regulierung nur so ein augen zudrücken und weggucken ding irgendwie vernünftige regulierung 147,6 millionen menschen und von denen sind 110 millionen in den usa auch nochmal zeigt auch nochmal wie wichtig das ist außerhalb der usa nur uruguay mit relativ wenig einwohnern und kanada alle anderen in den usa so und diese vier staaten nochmal ins konkrete reingegangen die haben jetzt eben alle beschlossen solche fachgeschäfte einzurichten für menschen für erwachsene ab 21 in den usa ist man halt erst ab 21 erwachsen viele in deutschland sagen auch 21 ist eine super zahl weil eben die hirnreifung bis dahin noch weitergeht und ja je älter desto besser desto weniger riskant andere sagen viel zu spät die fangen schon mit 16 an zu kiffen wenn man auch fünf jahre schwarzmarkt oder was ja jedenfalls usa 21 jahre könnt ja meine kommentare schreiben was ihr davon haltet ich nehme an die 19 jährigen nicht viel falls sie konsumieren wie auch immer das ist überall gleich unterschiede und besonderheiten gibt es aber auch also ich so ein paar besonderheiten zum beispiel south dakota ist der erste us-staat der per volksabstimmung cannabis als medizin und als genussmittel gleichzeitig legalisiert hat sonst war es immer so dass halt zuerst irgendwann medizin kam dann irgendwann die adult youth wie die so schön sagen erwachsenen spaß kifferei hinterher und die hatten besonders harte cannabis gesetze auch vorher in south dakota die haben für kleinste mengen noch strafen gehabt von 2000 dollar und bis zu ein jahr gefängnis ja für ein paar krümel gras und jetzt zack legal wunderbar kein problem mehr in new jersey auch eine kleine besonderheit da ist nicht sind keine unterschriften gesammelt worden wie sonst bei den volksabstimmungen die dann erstmal durchgesetzt werden müssen gegenüber dem staat dass sie auch gemacht werden dürfen da war es umgekehrt die haben selber im prinzip das thema zur abstimmung gestellt die die regierung parlamenter in new jersey die wollten nochmal ein votum von ihrer bevölkerung haben und wollen das dann umsetzen und entsprechend ist auch nur eine grobe abfrage also nicht so wie bei den anderen wo alle möglichen details schon in der volksabstimmung mit beschlossen werden also zum beispiel haben wir da in new jersey jetzt noch keine vorgaben für eine mindestbegrenzung oder irgendwas zum eigenanbau ist unklar was jetzt der gesetzgeber am ende daraus macht und bei den anderen staaten bei den anderen dreien ist aber so dass jeweils von einer unzu die rede ist die man halt kaufen kann auf einmal also 28 gramm ungefähr und die man auch in der öffentlichkeit mit sich rumtragen darf unterschiede wiederum beim eigenanbau bei diesen dreien ist der eigenanbau möglich aber in arizona darf jeder sechs pflanzen legal anbauen in montana sind vier ausgewachsene pflanzen und in south dakota wiederum drei pflanzen und nur aus arizona habe ich informationen gefunden dass da auch irgendwie die rede davon ist oder mit beschlossen worden ist dass frühere cannabis strafverfahren aus den akten gelöscht werden sollen auch ein wichtiges thema natürlich wir haben ja auch in deutschland millionen von alten strafverfahren noch in den akten von den letzten zehn jahren alleine über eine millionen sicherlich cannabis strafverfahren nur konsum strafverfahren ja also die amis denken das oft gleich mit aber in dem fall eben nicht in allen staaten ja und jetzt ist die frage wie geht es weiter geht es genauso langsam weiter wie bisher müssen wir jetzt noch weitere 20 jahre warten oder so bis die ganzen usa legalisiert haben ich glaube nicht ich glaube dass das jetzt schneller gehen wird das sieht man schon allein daran dass wirklich diesmal keine initiative gescheitert ist das war die letzten paar mal wo mehrere solche initiativen da waren noch anders da sind auch ein paar mal irgendwie gescheitert und so war so eine hängepartie irgendwie diesmal glatter durchmarsch und mittlerweile wohnen eben auch ein drittel der us-amerikaner in solchen legalized staaten in diesen 15 staaten mittlerweile die jetzt cannabis legalisiert haben ein drittel der amerikaner wohnt da und dann ist natürlich den anderen immer schwerer zu verklickern warum die jetzt da noch gejagt werden die konsumenten und warum der staat jetzt die konsumenten zu als touristen in die anderen staaten schickt die nachbarstaaten da zum einkaufen geht zum geld dalassen zum arbeitsplätze schaffen ja und im eigenen staat eigenen staat geht es nicht also das ist immer schwerer zu vermitteln und die umfragewerte sind seit jahren stabil hoch für legalisierung eben nicht nur als einzelnen hotspots wie noch vor ein paar jahren sondern stabil in ganzen usa über 60 prozent zustimmung in der regel für die legalisierung und das ganze gibt natürlich hoffnung dass der fortschritt da jetzt schneller vorangeht bis zu dem punkt wo auf bundesebene komplett cannabis legalisiert wird und das natürlich dann der ganz große durchbruch der auch noch mal weltweit schockwellen werfen wird ein beispiel dafür noch dass ich denke es wird schneller gehen new york die haben auch schon länger über legalisierung diskutiert da im parlament und sind auch scharf auf die kohle jetzt eine wirtschaftskrise coronakrise und so weiter haben schon überlegt schreiben wir es jetzt ins budget mit rein oder nicht dann war aber der legalist beschluss noch nicht so richtig absehbar ja und jetzt die grenzen an new jersey new jersey hat gerade legalisiert diese woche und da wird new york wahrscheinlich jetzt nicht weiterhin das verbot aufrechterhalten besonders lange mehr weitere fortschritte medical marijuana cannabis als medizin auch da zwei abstimmungen gewesen zweimal durchgegangen für das haus dakota habe ich schon gesagt die haben zum ersten mal beides gleichzeitig abgestimmt auch medizin ist natürlich durchgegangen außerdem mississippi hat auch cannabis als medizin legalisiert was natürlich im umkehrschluss auch heißt auch das ist noch nicht überall geregelt in den usa aber immerhin 37 us-staaten haben jetzt eine versorgung mit medical marijuana und diesmal gab es auch wirklich durchbrüche über die ganze cannabis frage hinaus für alle die für die drogenpolitik mehr ist als cannabis die können sich auch freuen speziell in oregon da ist per volksabstimmung jetzt beschlossen worden dass die konsumenten aller drogen entkriminalisiert werden sollen also da gibt es jetzt keinen legalen markt keine shops oder so aber die konsumenten sollen bei kleinen mengen nicht mehr verfolgt werden portugiesisches modell mal so als stichwort wer da irgendwie schon mal was von gehört hat was ja hier in deutschland auch diskutiert wird die haben das jetzt so geregelt dass bei geringen mengen verschiedener drogen nur noch 100 dollar strafe zu zahlen ist und dass die leute sich einer suchtberatung unterziehen müssen und diese bezahlt werden von cannabis steuern ja den oregon hat schon längst cannabis legalisiert und von den steuern sowas abgeknapst werden um die suchtberatung zu bezahlen und dann eben die leute nicht mehr straf zu verfolgen sondern sich mal zu fragen ob man ihnen helfen kann inwieweit das jetzt immer noch zu viel zwang ist und ob 100 dollar strafe auch zu viel sind mag jeder für sich selbst betrachten ich hänge euch auch noch mal auf der dhv seite zumindest den weiterführenden link rein zu einer betrachtung vom alternativen drogen und suchtbericht wie man richtig toll entkriminalisieren könnte ohne zu legalisieren hier auf jeden fall zwangsberatung und 100 dollar strafe für us-verhältnisse aber ein traum ein riesiger fortschritt die haben sonst drakonische strafen für den besitz harter drogen ist ein richtiger paradigmenwechsel die haben jetzt ein gefängnis zu voll mit drogenkonsumenten und das ist natürlich jetzt ein wichtiger schritt um da in eine völlig andere richtung zu gehen und vielleicht noch als info die mengen sind für einige drogen die jetzt da entkriminalisiert werden auch schon festgelegt worden da ist die rede von 1 gramm heroin oder methamphetamin 2 gramm kokain 12 gramm psylozybin pilze 40 dosen lsd oxykodon oder metadon oder 1 gramm oder 5 pillen mdma also der ecstasy wirkstoff das alles ist jetzt in diesem sinne entkriminalisiert in oregon und noch eine weitere volksabstimmung in oregon die medizinische nutzung von psylozybin pilzen ist legalisiert worden da gibt es also jetzt treatment center für leute die irgendwie depressionen haben oder so und die können jetzt mit psylozybin pilzen behandelt werden demnächst und noch so ein ähnliches ding in washington dc da ist per volksabstimmung die polizei aufgefordert worden die verfolgung von entheogenen drogen zur geringsten priorität zu machen also faktisch nicht mehr verfolgt werden der konsum der besitz und auch die abgabe dieser natürlichen entheogene und damit ist gemeint zum beispiel ayahuasca psylozybin pilze oder auch meskalinkakteen ja riesiger fortschritt ganz großes kino ja da werden wir jetzt wieder vier jahre darauf warten müssen möglicherweise bis wieder so ein großer rush kommt aber ja dann vielleicht auch wirklich der endgültige ja dann ist es vielleicht auch ganz vorbei vielleicht geht es auch schneller wer weiß aber bestimmt nicht nochmal acht oder zehn jahre oder so gehe ich jetzt jedenfalls mal von aus und was zu diesem ganzen erfolg beigetragen hat wir gucken natürlich auch immer okay was ist erfolgreich was hat sich verändert ich gucke mir das ganze ja auch schon jetzt verdammt lange an irgendwie und kann mich noch an die zeiten erinnern wo auch in usa von legalisierung weit und breit nichts zu sehen war wo die besonders hart unterwegs waren und nicht nur in einzelnen staaten sondern überall wo in den zeitungen in amerika es verpönt war von cannabis use zu reden also nutzung sondern immer miss use muss so das heißen ja in jedem artikel stand immer miss use ja missbrauch von cannabis so ähnlich auch in der deutschen presse damals und dann sind tatsächlich prominente auf den aufgetreten die immer mehr gesagt haben ja blödsinn ja ich bin für legalisierung legalisierung ist sinnvoll oder auch mit ihrem eigenen konsum dann irgendwie vorgegangen sind oder so die wirklich das tabu gebrochen haben die sich getraut haben ich erinnere mich noch da zum beispiel jennifer anniston morgan freeman waren viele der frühen ich habe damals auch irgendwo ein bild gesehen von so einer großen leinwand werbewand irgendwie mit solchen promis in der stadteinfahrt habe ich leider nicht wieder gefunden diese bilder aber da fing das ganze an und da hat sich das gesellschaftliche klima geändert die haben es wirklich geschafft eben nicht nur für sich selbst die angst abzubauen tabu abzubauen sondern sie haben gleichzeitig die debatte befeuert und leute überzeugt und das war denke ich ein wichtiger punkt dass wir dass die amerikaner jetzt da sind wo sie sind und in deutschland ist es immer noch schwierig mit den prominenten hier zieht das tabu immer noch das merken wir immer wieder und man merkt auch dass nur gelegentlich prominente sich äußern in der presse in den medien bei einem interview nebenbei wenn mal so eine pikante frage kommt dann mal irgendwie sich trauen irgendwas dazu zu sagen von wegen ich habe konsumerfahrung oder so oder auch ich bin für legalisierung aber immer so nebenbei so und jetzt ändert sich das auch bei uns wir haben also deswegen nicht nur eine große nachricht sondern zwei in dieser sendung uns ist es gelungen fünf prominente zu finden die diese eisbrecher funktion durchziehen wollen mit uns wie die amerikaner wie ich das eben beschrieben habe wichtiger wendepunkt in der debatte ist es da gewesen und ja wir haben diese fünf die eben auch keine angst für ihre eigenen meinung haben die jetzt mit uns zusammen gezielt alleinstehend nur zu cannabis ein statement abgeben und nicht mal so nebenbei irgendwie versteckt im interview und diese fünf prominenten haben uns ihre ganz individuellen gründe verraten warum sie für legalisierung sind nummer eins überrascht alter hasen hier bei den dhv news wahrscheinlich noch nicht so so sehr heller von sinnen ihr habt es mitgekriegt die ist schon in der weihnachtsausgabe von genial daneben mit einer grellen grünen jacke mit dhv logo aufgetreten und hat auch da schon keinen hehl draus gemacht sie ist für legalisierung und das war natürlich schon mal die vorreiterin der vorreiter sozusagen heller von sinnen in dem punkt die hat sicher nichts dagegen die hat den arsch in der hose das durchzuziehen heller großes kino und eben sie war tatsächlich die vorreiterin und es sind eben Leute mit hinterher gekommen die jetzt mit uns zusammen und mit heller zusammen in diese kampagne reingegangen sind hellers grund warum sie für legalisierung ist ist auch typisch heller sie sagt ich will legal kiffen weil ich mit alkohol immer so scheiße bin nun gibt es welche die beziehen tatsächlich sich auf ihren eigenen konsumwunsch sozusagen es gibt aber auch welche die vielleicht selber gar nicht konsumieren möglicherweise auf jeden fall politische gründe haben wieso sie die legalisierung für richtig finden und in die richtung geht es zum beispiel beim autor reiner biesinger der eine politische vernunft appelliert und auch vom fach ist im prinzip der hat ein sachbuch geschrieben toxisch heißt das dieses jahr veröffentlicht könnt euch mal angucken der sagt eben politische vernunft spricht ganz klar für legalisierung und bei seiner profession bleibt auch der kriminalbiologe mark benecke der sagt passend dazu zu seinem beruf legalisierung gegen organisierte kriminalität nehmt den kriminellen gangs einfach den markt weg regulieren schluss mit krimi sag ich da nur und dann haben wir schauspieler klaus nierhoff bei dem geht es um freiheitsrechte und er hat im prinzip mit seinem argument oder seinem spruch mein rausch gehört mir erinnert an die erfolgreiche kampagne mein bauch gehört mir weil er sagt mein rausch gehört mir auch sehr schön knackig auf den punkt gebracht niemand hat mir das recht mir oder sonst irgendwem die art des rausches vorzuschreiben und zu sagen du musst aber alkohol trinken wenn du dich berauschen willst ja vollkommen richtig und dann haben wir noch den weiteren schauspieler klaus-dieter klausnitzer der ist bekannt als der kiffende und taxi fahrende vater des kommissars beim Münsteraner Tatort und der erinnert an die möglichen steuereinnahmen durch eine legalisierung er sagt eine fette cannabissteuer und alle sind glücklich so das sind unsere fünf promis die jetzt sich trauen rauszugehen und zu sagen wir wollen die legalisierung wir halten das für sinnvoll und wir halten damit auch nicht hinterm berg mit unserer meinung sondern gehen da offensiv und mit dem handverband mal voran so und jetzt seid ihr wieder dran mit mitmachen mit message verbreiten auf der dhv-seite findet ihr diese bilder und sprüche unserer fünf prominenten in verschiedenen social media formaten zum download macht das doch mal mit dem download ihr könnt natürlich auch die postings vom handverband teilen jetzt in der ersten runde wir werden die jetzt alle nach und nach ausspielen können ja mal gucken können ja mal teilen haben wir schön hohe reichweite aber bitte zumindest diejenigen die überhaupt hier und da mal einen kommentar irgendwo schreiben in den sozialen medien zum thema cannabis ja oder vielleicht auch sich vorstellen können das mal zu machen und nicht jetzt großartig rum formulieren wollen da die ziehen sich diese templates diese bilder mit den sprüchen von unserer seite und können die dann im prinzip eben auf dem handy überall reinwerfen ja wo man mal schnell eben da einen kommentar zur cannabis debatte abgeben will ja und vielleicht auch passend zum adressaten ja oder vielleicht man kann auch oma erner mal auf whatsapp dann so ein bild schicken wenn die gerade wieder denkt cannabis muss verboten sein wegen der kriminellen ja dann könnte er sagen ja ja der kriminalbiologe sagt aber cannabis muss erlaubt werden wegen der kriminellen ja sowas und wenn ihr schon mal dabei seid könnt ihr auch gleich nochmal die templates von cannabisfakten.de mit runterladen auch die findet ihr auf unserer seite habe ich ja schon mal erwähnt aber ich denke viele haben es noch nicht gemacht ja die haben vielleicht einmal unsere cannabisfakten.de sachen geteilt aber es schadet nichts wenn ihr die auf dem computer auf dem handy habt diese templates und die dann auch immer zur hand habt wenn ihr da mal irgendwo euch an der diskussion beteiligen wollt und eben die leute auf cannabisfakten.de schicken wollt das gehört auch beides zusammen also die promi geschichte promis für legalisierung ist teil der kampagne mehrheit 2020 die wir dieses jahr schwerpunktmäßig durchziehen wir wollen möglichst viele leute noch überzeugen dass die legalisierung von cannabis sinnvoll ist wir wollen skeptische leute erreichen die bis jetzt noch nicht viel über cannabis nachgedacht haben oder eher dagegen eingestellt sind wir wollen eine mehrheit in deutschland für die legalisierung und es sind nur noch ein paar Prozentpunkte und dafür haben wir einerseits mit cannabisfakten.de erstmal die argumentative grundlage gelegt ja wir haben die fakten für legalisierung zusammengetragen haben die quellen zusammengetragen was im kopf jeden überzeugt und jetzt haben wir auch noch die promis die die herzen erobern die eben auch von leuten gekannt werden die genau unsere zielgruppe sind eben die die sich bis jetzt mit dem thema noch nicht so arg viel beschäftigt haben und wenn ihr jetzt prominent seid also du ja einer von euch eine von euch also richtig prominent also mindestens prominenter als ich sag ich jetzt mal so noch viel prominenter als ich möglichst und vielleicht auch eher Schauspieler aus dem Oldschool TV und kein Gangsterrapper dann bist du die Person die wir brauchen oder du kennst diese Person ja ich meine manche von euch kennen ja vielleicht Prominente sprech die doch mal an zeig denen unsere Kampagne frag die mal was sie denn für einen Grund haben warum sie legalisieren würden und sag denen sie sollen uns den Grund verraten ja wir würden gerne weitermachen an der Stelle und weitere Prominente dazu holen bis wirklich ganz Deutschland überzeugt ist dass endlich Cannabis legalisiert gehört ja so lange kann das ja wohl jetzt nicht mehr dauern jedenfalls nicht wenn viele mitmachen so und jetzt wollen wir mal sehen wie viele sich trauen wir haben natürlich mehr als diese fünf gefragt und wir haben gemerkt dass es immer noch schwierig ist dass da noch Eis gebrochen werden muss dass Leute Angst haben fürchten um ihren Job und so weiter aber Leute es ist Zeit Amerika legalisiert und da waren es auch die Promis die dazu beigetragen haben ja also wenn Promis für Legalisierung kämpfen dann werden sie nicht entlassen sondern es wird legalisiert so sieht das nämlich aus mit den Erfahrungen aus den USA alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich für nur 5 Euro pro Monat Schluss mit Krimi Cannabis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen Link in der Infobox So und jetzt noch ein kleines Update zu YouTube das wollt ihr sicher noch wissen weil vermutlich jetzt wenn das Video online geht immer noch alle alten Videos weg sind vom Kanal es hat sich der Support mal wieder gemeldet nach einer Woche völligen Stillstand ein anderer Mitarbeiter der übernommen hat unseren Fall und der fragte ja was ist das Problem ja kannst du nochmal erklären was habt ihr jetzt genau für ein Problem ja also es bleibt dabei die Menschen bei YouTube sind da gerade schwer im Bedrängnis von den Maschinen da sind nicht genug davon und haben keinen Plan was eigentlich los ist ja was die KI da macht was wir für ein Problem haben und so nicht als einziger Kanal ja auch heißt ja von überall von allen Seiten dass die Zensur da zuschlägt die sind überfordert ist offensichtlich so aber wir sind weiter dran an dem Thema und wir warten nicht einfach nur ab unter anderem haben wir uns auch juristisch mal ein bisschen erkundigt und andere Dinge ja ich werde jetzt ja nicht irgendwie alles erzählen und ausplaudern und so aber wir sind da dran und wir ja hoffen nach wie vor dass wir nicht einfach nur unsere Videobeschreibungen irgendwann ausschalten müssen sondern dass wir das Problem ein bisschen grundsätzlicher geregelt kriegen einerseits weil es unser demokratisches Recht ist Quellenangaben in den Videobeschreibungen zu machen weil wir damit nichts Falsches machen weil wir damit keine illegalen Sachen verkaufen und weil das eine Diskriminierung von Cannabis ist wenn da speziell Cannabisbezogene Links rausgelöscht werden und schnapsbezogene Links nicht so und jetzt habe ich noch zwei Termine aus unseren Ortsgruppen zwei Online-Treffen einmal trifft sich die Gruppe Rhein-Neckar am Dienstag 10. November und die in Braunschweig Samstag 14. November Online offenes Treffen alle willkommen Infos auf der DHV-Seite und damit wünsche ich mir dass ihr diesen Kanal abonniert übrigens dann haben wir nächste Woche nämlich wieder was zu feiern macht mal die nächsten 5000er voll 165 ist im Landeanflug schnell mal abonnieren den Kanal hier YouTube zeigen dass sie uns nicht abschalten sollen sondern dass wir wichtig sind euch jedenfalls so und die Glocke aktivieren Video teilen das ganze Programm ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruchsamen Abend Bis zum nächsten Mal zeros Wiedersehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal besuche ich Sprechen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020